So, liebe VfL-Fans, herzlich willkommen hier aus dem See-und-Sport-Hotel Anko. Wir sitzen auf der Sonnenterrasse. Die Football-Profis des VfL haben Feierabend. Fast, nicht ganz, denn bei mir sitzt Lars Kehl zum Neuzugang-Interview. Lars, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Ja, dankeschön, dass ich hier sein darf. Genau, wir nutzen die Zeit, um unsere Neuzugänge mal so ein bisschen vorzustellen, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Aber meine erste Frage geht natürlich auf den heutigen Tag, erster Tag Trainingslager. Ich habe mitbekommen, es waren sehr harte Einheiten heute, die ihr leisten musstet. Wie fühlst du dich heute Abend jetzt nach dem Abendessen? Ja, ich bin schon gut müde jetzt, war direkt knackig und intensiv. Aber ich glaube, so muss man reinschauen in ein Trainingslager. Und ja, die nächsten Tage werden, denke ich, nicht entspannter. Auf einmal, dass du noch genug Puste hast, um uns hier Rede und Antwort zu stellen. Aber ich verspreche dir so unangenehm, wird es nicht irgendwie Einheiten heute Morgen. Sehen wir mal, ne? Genau. Ja, wir sind natürlich heute hier, um auch dich ein bisschen kennen zu lernen, ein bisschen besser kennen zu lernen. Das hatte ich eben gesagt. Du kommst aus Hofstetten, da bist du geboren in Baden-Württemberg. Ja. Da ist deine Heimat. Und dann gucken wir vielleicht mal so ein bisschen auf deine fußballerische Laufbahn. Du hast dann deinen Weg gemacht über den SC Hofstetten und Offenburger FV, habe ich gesehen. Und du hast dann am SC Freiburg gelandet. Genau. Du hast alle U-Mannschaften durchlaufen. Lass uns doch vielleicht mal daran teilhaben. Wie war das so da in der Freiburger Fußballschule? Was macht das aus und was hat dich da besonders geprägt? Ja, also ich glaube, dass dann in der Fußballschule extrem aufs menschliche Auge geachtet wird und das Werde vertreten werde, die der SC Freiburg halt vertritt. Und in der Jugend wird auch viel darauf geschaut, dass man Schule gut macht und so. Also die Entwicklung auf dem Platz, die ist halt enorm. Ich habe immer extrem viel trainiert an der Fußballschule und die Trainer extrem gutes Fachwissen haben und schon lange dabei sind. Und ja, das hat extrem Spaß gemacht, auf jeden Fall in meiner Jugendzeit. Wann war der Moment da, dass du gemerkt hast, oh, Fußball ist echt mein Ding. Ich will da mehr investieren. Das ist mein Traum. Ich will eines Tages Fußballprofi werden. Also Fußball war auf jeden Fall schon immer mein Ding. Aber ich glaube, so gemerkt habe ich das in U15, als wir dann zum ersten Mal in Süddeutschland gespielt haben und nicht eine relativ gute Rolle gespielt habe, hatte ich dann schon das Gefühl gehabt, ich glaube, da könnte was gehen. Und ja, und dann bin ich hart dran geblieben und bin jetzt hier. Ja, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Am Akzent kann man auch unverkennbar hören, dass du aus gewinnen kommst. Ja. Kannst du dich noch an deine ersten Ballkontakte erinnern, überhaupt als Kind? Nee, erinnern nicht. Klar, wir haben ein paar Bilder zu Hause. Da schauen wir auch ab und zu gerne rein. Meine ganze Familie ist eine Fußballer-Familie. Mein Papa ist noch Trainer. Und mein Bruder spielt beim Overburg LV noch. Und meine Mama hat tatsächlich früher auch ein bisschen gespielt, aber die unterstützt uns tatkräftig immer. Und so bin ich eigentlich schon immer am Ball. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ihr Samstags oder Sonntags Kaffee trinkt zusammen nachmittags? Wenn dann erstmal die ganzen Spiele des Wochenendes Revue passiert und analysiert? Oder wie ist das? Sind das die härtesten Kritiker? Ja, schon. Wir sind extrem ehrlich zum Glück. Klar, aber das war früher, das hat immer Spaß gemacht, über alle Spiele zu reden. Und ich denke, das hat uns so geprägt und weitergebracht. Das hört sich auf jeden Fall so an. Genau, da bist du ja beim SC Freiburg eigentlich durch alle Mannschaften gelaufen. U-Mannschaft, Nationalmannschaft hast du auch gespielt. Wie wird das so, das Erlebnis? Ja, das war richtig cool. Ich denke, das ist immer ein Privileg, wenn man für die deutschen Nationalmannschaft spielen darf. Und dass ich damals bei der EM dabei sein durfte, obwohl ich nicht mal tatsächlich Bundesliga gespielt habe mit der U17. Das fand ich mega. Und ich habe die ganzen Momente mitgenommen, viele nette Menschen kennengelernt, viele Freunde kennengelernt und das war eine extrem schöne Zeit. Ist das so, dass man im Fußball auch tatsächlich viele Freunde kennenlernt oder sind es dann doch nur Bekannte, mit denen man irgendwie Kontakt hält? Wie ist das so? Differenzierst du da? Ja, also es gibt schon ab und zu Freunde, die man kennenlernt. Aber es ist natürlich extrem schwer, mit den ganzen Jungs Kontakt zu halten, weil es halt jedes Jahr extrem viele sind. Und es ist auch extrem schade, dass man das nicht so hinbekommt. Aber es ist leider so, ja. Jetzt bist du ja in den hohen Norden gewachsen, also der Abstand wahrscheinlich zur Heimatwirt ist noch größer. Wie kam der Wechsel zum VfL zustande? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Wie kam es und wie waren deine Gedanken, als es klar war, also ja, wir wollen dich hier gerne im hohen Norden bei uns spielen haben? Klar, ich habe während der Runde dann gute Gespräche gehabt mit Amir und mit Tobi und die haben mir ein extrem gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell für den VfL entschieden, weil das Gefühl einfach, das Bauchgefühl sehr gut war. Und bisher würde ich sagen, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Das hört sich schon mal gut an. Ein gutes Gefühl ist auf jeden Fall. Wie würdest du dich als Mensch beschreiben, wenn du dich als Persönlichkeit auch beschreiben würdest? Was bist du für ein Typ? Ich lege extrem viel Wert auf Familie und Ehrlichkeit und ich bin eher ruhiger Typ. Aber bei mir ist es so, wenn ich aufs Feld komme, um Fußball zu spielen, dann schalte ich ab. Und dann habe ich Spaß und bin komplett in meinem Film. Und ja. Das sind ja doch zwei verschiedene Seiten. Das ist ja auch spannend, dass man beide dann auch so ausleben kann. Was machst du abseits des Platzes, wenn du nicht Fußball spielst, mit der Familie über Fußball spielst? Was macht Lars Kehl außer Fußball? Ich versuche extrem viel zu regenerieren. In Freiburg habe ich jetzt in einer WG gewohnt mit zwei Mannschaftskollegen. Da habe ich natürlich viel Zeit mit den zwei Jungs verbracht, was auch immer extrem witzig war und auch wichtig, um abzuschalten, mal an was anderes zu denken. Und klar, bisher war ich jetzt noch im Hotel und da war es relativ schwierig, irgendwas zu machen. Ich bin jetzt dann froh, wenn es in die Wohnung geht. Und ja, dann muss ich mal schauen, wie sich mein Leben so entwickelt. Frank, jetzt auch noch mal nach. Wie regeneriert Lars Kehl? Also was machst du, um zu regenerieren? Was ist dir wichtig? Gute Ernährung? Läufst du in die Natur? Was machst du da für dich selber? Also die Ernährung ist extrem wichtig bei mir. Und ich dehne mich gern, ich roll mich gern. Ich habe auch so eine Massagepistole, die ich relativ häufig benutze. Also einfach so die klassischen Dinge, die eigentlich so gut wie jeder benutzt. Aber klar, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und um Vollprofi. Von morgens ist abends Fußball und Regeneration. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt eine vielleicht noch mal spannende Frage, wenn du jetzt mal 10, 15 Jahre weiterblickst und dann so zurückschaust. Wo siehst du dich in 10 bis 15 Jahren und was möchtest du bis dahin auf jeden Fall erreicht haben? Schwierige Frage. Ich will auf jeden Fall Erfolg haben im Fußball. Und dass ich charakterlich und menschlich so bleibe, wie ich bin, dass mich da nichts verändert. Und mir ist auch extrem wichtig, dass die Liebe zur Heimat immer bleibt. Und ich weiß auch, wo mein zu Hause ist. Und ich hoffe, das wird sich nie ändern. Und wo ich mich sehe, wahrscheinlich immer noch im Fußball irgendwie tätig. Wahrscheinlich nicht mehr als Fußballspieler, aber keine Ahnung, als Trainer oder Sportdirektor oder irgendwas. Vielleicht in die Richtung. Dann hoffen wir, dass wir hier beim VfL zumindest eine zweite Heimat werden. Den Wunsch kann ich äußern. Das wünschen sich sicherlich auch die ganzen VfL-Fans, die jetzt dieses Video geschaut haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast, noch so einen anstrengenden Trainingstag und zu reden und Antwort zu stehen. Wir wünschen dir eine ganz tolle Zeit weiter hier im Trainingslager und natürlich eine verletzungsfreie Saison auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank.